Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Geh mal richtig, weil ich weiß noch nie wie der Schnitt ist. Ich muss jetzt irgendwie noch zu mir hinterher kommen. Nee, das sieht bis... Okay. Dann wackelst du damit. Genau. Deswegen müsste ich hier eine Schiene bauen und dann so. Okay mein... Schade. Schade, es war so schön. Ich habe meinen realistischen Schrift. Ist es?